UNTERTITELUNG Hast du eine Frau? Hast du Kinder? Einen Sohn? Seit dem vergangenen Jahr ist Ihre Einheit zu sehr viel mehr Einsätzen gerufen worden. Was hat sich verändert? Die beste Einheit, die ich je hatte und darauf, dass wir im nächsten Jahr ein drogenfreies Stadtzentrum haben werden. Stehen Ihre Methoden mit dem Gesetz in Einklang? Wenn ich das nochmal sehe, bringe ich dich um! Wie viele Blättchen gehen hier raus? 100? 200? Jedes ein Junkie und jeder Junkie ein Informant. Du musst mir wahrhaftig nichts beweisen. Hey, hey, hey! Polizei! Wenn du das nächste Mal jemanden ratten willst, frag vorher! Ich weiß nicht wohin. Nur eine Nacht. Lass mich nicht gehen, bitte. Was willst du? Wer seid ihr, Jungs? Einheit 7. Noch eine Flasche. Den Whisky, wo wir doch jetzt Freunde sind. Und ein paar Haselnüsse, ja? Oder Mandeln, was zum Knabbern. Halt, Polizei! Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Du bist nicht mein Chef, klar? Was machen Sie wohl mit Singvögeln im Knast? Dasselbe wie auf der Straße? Ja, aber im Knast kannst du nicht wegrennen. Runter mit den Waffen. Wahnsinn, was für ein Riecher ihr habt! Wir sind die Einheit 7, ihr Junkies!